Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Hatschi Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Blending Challenge. Wir haben uns gestern um die Totti Warm-Up SBCs gekümmert. Wir haben aber vor allen Dingen auch gestern rausgekommen und zwar den Spieler des Monats, Rahim Sterling als P.O.C.M. Dezember 2021. Und um diese SBC wollen wir uns heute kümmern. Und wieder mit dem Format, lohnt sich die SBC? Ja oder nein? Das ist heute die große Frage, die wir uns stellen. Ich werde euch meine Meinung heute hier in diesem Video mitteilen. Ihr könnt gerne eure Meinung einmal in den Kommentaren hinterlassen. Bevor wir reinsteilen ins Video, lasst gerne Liebe da 500 Likes. Geh mir wieder als Ziel raus, lasst uns die so schnell wie wirklich voll machen. Wenn ihr das noch nicht getan habt zum Jahreswechsel, könnt ihr gerne auch einmal die Glocke unten kostenlos aktivieren. Auf dem Weg Richtung 50.000 Abonnenten. Dankeschön für euren Support. Da hat das Video gerne auch mit euren Freunden. Und ganz, ganz wichtig, wie gesagt, eure Meinung ist hier heute gefragt. Lasst uns gemeinsam diskutieren. Ich habe gestern im Abend Video gefragt, wollt ihr ein separates Video nochmal zu Raheim Sterling sehen? Und ihr habt sehr, sehr viele haben runtergeschrieben in die Kommentare. Auf jeden Fall. Ich will deine Meinung wissen und ich will wissen, was du dazu sagst. Und deshalb gehen wir rein zu den SBCs und gucken uns die einmal an. Gestern rausgekommen, frisch und neu am Start übrigens gestern. Dein Tippkollege Gündogan. Also die SBC komplett überteuert. Komplett überteuert, habe ich gestern Abend schon gesagt. Also kann man komplett vergessen. Ja, sechs Tage ist er nicht da, Raheim Sterling. 30 Tage verbleibend. Jetzt die erste Information, er ist während des Team of the Year's dann einmal verfügbar. Viele haben gestern auch runtergeschrieben, wann kommt denn das Team of the Year raus. Ich habe es gestern im Video mehrfach gesagt. Freunde, ihr müsst das Video auch schauen. Nicht nur einfach runterschreiben in die Kommentare. Ich sage es jetzt gerne nochmal. Also, am Freitag, am 21.1. geht es los mit dem Team of the Year. Dann kommen erstmal die Stürmer raus, dann kommen die Mittelfeldspieler irgendwann raus und dann kommen irgendwann auch die Dev-Spieler raus. Und dann am 28.1., also nochmal eine Woche später, kommt dann das komplette Team of the Year in die Packs. Raheim Sterling, einmal um zu ihm zurückzukommen, ist 30 Tage da und wir gucken uns jetzt diese Karte an. Spielerbild finden wahrscheinlich die ein oder andere auch richtig nice, wegen der Kappa alleine wahrscheinlich. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal von Anfang an an. Er bringt mit. Vier Sterne, drei Sterne. Und wir müssen vor allen Dingen natürlich gleich uns die Frage auch stellen, im Vergleich zu seiner Winter Wildcard-Karte, der ja rechter Flügel ist, ist der vielleicht besser? Was jetzt direkt erstmal auffällt im Vergleich zur Winter Wildcard-Karte, wir gucken uns das gleich im Detail nochmal bei Footbin auf jeden Fall auch an, ist natürlich die vier Sterne, drei Sterne zu seiner Winter Wildcard-Karte, die hat vier Sterne, vier Sterne. Insofern ist er da schon quasi ein bisschen hinten dran. Hochmittelarbeitsrate, 1,70 Körpergröße, insgesamt einfach auch nice für FIFA an sich. Linkmäßig brauche ich euch nichts sagen, ja, Premier League, England, ganz ganz easy zu linken. Und dann sehen wir hier erstmal das Tempo. 95 Tempo mit 99er Antritt, nice. 92er Sprintgeschwindigkeit, auch sehr nice. Und der Schuss sieht sehr, sehr gut aus, vor allen Dingen Stellungsspiel 95, Abschluss bei 89 und 82er Schusskraft. Also die wichtigen Stats bei mir sind so, Schusskraft, Abschluss, Stellungsspiel, sehr, sehr wichtig. Aber zwei von drei auf jeden Fall mit Top-Werten, außerdem 87er Weitschüsse. Weiter dann beim Passen, sehr, sehr ausgeglichen, ganz okay. Ja, jetzt nicht top, aber okay mit 83. Und dann sind wir bei einem richtig nice Dribbling bei 98er Wirklichkeit und 97er Balance, sehr, sehr wichtig. Leider nur 82er Ruhr. Wie gesagt, das auch ist in Ordnung, aber es könnte für 91er Graded Card auch viel, viel besser sein. Genauso wie auch seine Ausdauer. 85 ist okay, aber mehr als okay dann auch nicht. Flair bringt da auch noch mit. Auch das sehr, sehr nice für FIFA an sich. Und ja, dann sind es drei Segmente. Und die Frage der Frage, was kostet der Kollege? Und es ist ein 85er mit einem Team of the Week, ein 86er ohne Special Card und dann ein 87er ohne Special Card. Also positiv auf jeden Fall schon mal zu erwähnen. Okay, hier nur ein Team of the Week abzugeben. Und dann haben wir, wie gesagt, 65er, 85er, 86er und 87er. Und wenn man das jetzt im Verhältnis zu den 30 Tagen einmal sieht, sind wir hier auf jeden Fall gut aufgestellt. Also die drei SPCs kann man ganz entspannt nebenbei, wenn man denn, ja, dann auch die Zeit nutzt, voll und ganz, neben dem Team of the Year, während des Team of the Years, wo viele Packs geöffnet werden, auf jeden Fall ganz entspannt machen. Das ist erstmal so an sich meine Meinung. Gehen wir weiter zu den Packs. Da war einmal ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack, dann haben wir ein seltenes Gold-Spieler-Pack in klein und ein Mega-Pack nochmal on top. Also auch hier haben wir insgesamt, was sind das, 90.000, 95.000 Münzen an Pack-Robots zurück. Das ist auf jeden Fall ganz in Ordnung. Sterling am Start, 30 Tage. Und wie gesagt, die Schlüsselfrage ist jetzt einfach nur, lohnt es sich, diese SPC zu machen? Erst Antrade oder lohnt es sich eher, ja, in die Winter Wildcard-Karte zu gehen? Und das werden wir uns jetzt mal im Detail bei Footbin anschauen. Also, let's go. Ja, Freunde, und da sind wir auch schon bei Footbin am Start. Ihr seht es hier einmal, wir haben natürlich einen Preis schon am Start. 366.000 Münzen auf der Playstation, circa 380 auf der Xbox. Ja, sie kommt auch hier sehr nicht so wirklich gut an. 57% Daumen nach unten, 43% Daumen hoch. Und warum das der Fall sein könnte, das zeige ich euch jetzt. Dafür gehen wir zu ihm und zu seiner Karte. Er hat zum einen natürlich seine 88er Base-Karte. Da seht ihr einmal das Upgrade auf die POTM-Karte. Plus 4, plus 4, plus 4, auch ein bisschen plus 3, plus 5 dann auf Physis, plus 6 auf Ausdauer. Im Vergleich zu seiner 89er rechten Flügel-Inform-Karte haben wir hier dann nochmal ein kleineres Upgrade. Und dann haben wir im Vergleich zu seiner Winter Wildcard-Geschichte, wie gesagt, nochmal den Unterschied ein bisschen. Aber das sind nur kleine Unterschiede. Ihr seht, plus 1, beziehungsweise plus 2 mal hier und da was drauf. Composure, auch nochmal eine interessante Geschichte. Ich habe eben ein bisschen erwähnt im Dribbling-Stat. Das Ganze, also der Ruhe-Wert bei ihm, ist bei der Winter Wildcard-Karte tatsächlich viel höher. Bei einer 86, plus 4 ist da unten drauf. Das seht ihr da unten. Und ja, der Schlüssel der ganzen Geschichte ist halt, er hat 4 Sterne, 4 Sterne, anstatt seine 4 Sterne, 3 Sterne. Und da müssen wir ganz klar sagen, der Weakfoot ist natürlich ein wichtiger Punkt. Gerade hier, er kommt von der rechten Seite mit einem linken Fuß. In dem Sinne, sein starker Fuß sogar. Insofern, wenn ihr den recht auf rechts auch startet. Klar, Ingame könnt ihr theoretisch auch mal umstellen. Also das würde nichts ausmachen. Aber natürlich sind 4 Sterne, 4 Sterne viel nicer als die 4 Sterne, 3 Sterne. Wenn wir das Ganze jetzt mal einrahmen in das Ganze, in die POTM-SBC, sehen wir hier 340.000, sage ich jetzt mal 345.000 für die Winter Wildcard-Karte. Und wir haben hier ein bisschen eine teurere SBC bei 366.000 Münzen. Der Vergleich zu der Winter Wildcard-Karte ist natürlich jetzt immer, oder die Fragen, die man sich stellt, gehe ich halt jetzt hin zur SBC, fülle sie aus und hole mir ein Untradable Sterling rein in den Verein für roundabout 360.000 Münzen. Oder gebe ich 15.000 weniger aus, kaufe mir jetzt zu dem Zeitpunkt für 345.000 einen Winter Wildcard Sterling, der dann hier und da vielleicht ein bisschen schlechtere Stats hat. Bringt aber 4 Sterne, 4 Sterne mit und hat auch einen richtig besseren, also finde ich auf jeden Fall, plus 4 ist schon ein massiver Unterschied, ein Composure-Stat von 86.000. Und ich muss euch da, meine Meinung, wie gesagt, ihr könnt gerne eine andere Meinung haben, ich würde definitiv immer mit der Tradable-Version gehen. Es sei denn, und jetzt ist halt der Punkt, den auch viele dann mal sagen, hey, ich habe so viel SBC-Futter im Verein und ich habe die Coins oben links nicht auf der Uhr. Ihr habt eben gesehen, ich habe genug Coins. Insofern kann ich mir das holen. Aber ihr müsst natürlich für euch entscheiden, wie viele Coins habe ich auf der Uhr, was habe ich an SBC-Futter alles im Verein und dann müsst ihr natürlich auch wieder abwägen und sagen, hey, okay, ich will diesen Sterling auf jeden Fall haben und meine einzige Möglichkeit ist es, ihn halt zu holen mit dem ganzen SBC-Futter. Und insofern muss ich auf die POTM-Karte gehen und kann leider nicht auf den Transfermarkt gehen und mir für 350.000 Münzen, sage ich jetzt mal aufgerundet, einen Winter Wildcard Sterling holen. Das, wie gesagt, müsst ihr für euch selber entscheiden. Wenn ihr aber die Option habt, ja, ihr habt Coins und ihr könnt entscheiden, gehe ich auf die SBC oder auf die Winter Wildcard Karte, würde ich euch immer empfehlen, auf die Winter Wildcard Karte zu gehen. Und der ist sogar jetzt hier, oh, einer für 323.000 drauf. Okay, warum auch immer, es ist tatsächlich einer für 323.000 draufgekommen. Also ihr seht, hier könnt ihr wirklich, es ist wesentlich günstiger, wenn ihr hier auch einen Snipe bekommt. Also Winter Wildcard Karte auf jeden Fall für mich immer die Priorität. Ihr seht hier das Ganze nochmal. Also länger Pass hat er nochmal, plus zwei und dann plus zwei auf Volleys. Gut, das macht jetzt, wie gesagt, den Kohl nicht fett, aber wie gesagt, ja, der Unterschied ist nicht wirklich massiv. Und wie gesagt, für mich, der Mainpunkt eigentlich sind ja die Vier Sterne, Vier Sterne, die die Karte für mich viel, viel attraktiver machen, als halt, wie gesagt, diese linke Flügelposition. Aber wie gesagt, während des Team of the Years, falls sonst nicht jetzt doch noch, in der Hoffnung, es kommen hoffentlich, welche eigenen SBCs rauskommen sollten, wo wir dann schön auf jeden Fall SBCs reinstellen können, dann würde ich sagen, jetzt erstmal auf jeden Fall Finger weglassen. Von der Sterling SBC, falls ihr Bock habt auf den Sterling, dann geht oder tut mir bitte einen Gefallen und geht bitte hier auf die Winter Wildcard Karte. Falls ihr einen Untradable haben solltet, natürlich die Winter Wildcard Karte, dann definitiv nicht die POTM SBC abschließen, sondern einfach bei der Untradable Winter Wildcard Karte bleiben. Spaß haben mit der Vier Sterne, Vier Sterne und hier halt mit der Vier Sterne, Drei Sterne Sterling POTM Karte. Nur abschließen, wenn ihr wirklich die einzige Option habt, ich kann nur über SBC-Futter gehen, dann geht gerne hin, nutzt aber bitte, und das tut mir bitte den Gefallen, nutzt bitte die vollen 30 Tage und guckt, dass ihr trotzdem natürlich nicht 360.000 Münzen ausgibt, sondern so günstig wie möglich natürlich da auch wegkommt. Ja, sonst müssen wir auch sagen, richtig nice Tempo und dann können wir jetzt zum Abschluss nochmal gerne einen Chemistry-Style auf das Ganze drauf machen. Und da sieht man natürlich direkt erstmal Dead Eye, ja. Wir haben viele SBC-Karten, das wiederhole ich jetzt Tag für Tag im Endeffekt, die ordentlich Page haben schon ohne Chemistry-Style und ordentliches Dribbling. Die einzigen, die da so ein bisschen hinten dran sind, sind Passen und Schuss und deshalb Dead Eye immer sehr, 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 sehr vorteilhaft. Hier sind wir dann beim 94er ZOM, 94er Mittelstürmer, also den aus der ZOM-Position lässt sich auch zum Beispiel viel besser spielen dann, mit einem Vier Sterne, Vier Sterne, wenn ihr dann zum Beispiel dann nicht außen spielen wollt. Natürlich von den Schusssets hier, 99, 99, 97, 92 hier, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und wir können im Endeffekt kurz mal ihn vergleichen mit sich selbst sozusagen und uns das einfach mal anschauen im Vergleich und beiden jetzt mal beispielsweise ein Dead Eye drauf geben, Dead Eye und Dead Eye. Und dann seht ihr jetzt hier Total Stats zum Beispiel. Der Unterschied zwischen den Total Stats liegt bei 5 In-Game Stats, 2305 zu In-Game Stats, 2288. Also auch hier ein paar mehr In-Game Stats hat der natürlich, aber wie gesagt der große Unterschied, Vier Sterne, Drei Sterne und Vier Sterne, Vier Sterne, sonst alles relativ identisch. Pace bringen sie beide mit, okay, hier zwei mehr Antritt, alles klar, sonst aber gleich. Dann haben wir den Schuss, auch hier seht ihr, die nehmen sich nicht viel. Ja, 99, 99, 99, 97, 97, 92 zu 90, 70 zu 72. Also hier ist nichts groß, was auffällt, das Einzige meiner Meinung nach, was halt wie gesagt hier auffällt, sind die Plus-4 Composure, die meiner Meinung nach wichtig sind und das hier nimmt sich halt auch nicht viel. Die zwei Unterschiede hier, hier die zwei Unterschiede, hier zwei Unterschiede, okay, und hier ein Unterschied und hier ebenfalls ein Punkt bei Dribbling und dann halt wie gesagt ein Plus-4 bei Composure. Wichtig, wichtig und richtig, wie man so schön sagt. Und dann haben wir hier ein 70er zu 70er Physis im Vergleich, also 85 Ausdauer zum Beispiel bei ihm und 84 Ausdauer bei der Winter Wildcard-Karte. Also, ich kann euch nur empfehlen, vielleicht die POTM-Karte außer Acht gelassen, wenn ihr oben Coins habt, Bock auf ein Sterling habt, dann geht bitte auf die Winter Wildcard-Karte. Wenn ihr einen Untrade habt, bleibt bei der Winter Wildcard-Karte und macht hier bitte nicht die Sterling SBC. Falls ihr diese Trailable haben solltet, dann auch bitte die nicht verkaufen und diesen Untrade machen, sondern hier würde ich immer, und dann lasst mich gerne mal eure Meinung wissen, die 4 Sterne auf 4 Sterne auf jeden Fall bevorzugen. Ja, das ist meine Meinung zu der Raheem Sterling SBC, wann ihr sie abschließen solltet und wann nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, ich kann euch damit weiterhelfen. Falls auch rund um Raheem Sterling Fragen sind um die SBC, könnt ihr gerne reinschreiben in die Kommentare. Ich werde auf jeden Kommentar versuchen zu antworten. Werden wir auf jeden Fall alles durchlesen, wie das immer der Fall ist. Und mich würde sehr freuen, wenn wir uns heute Abend an diesem Samstag zum frischen neuen SBC-Content wiedersehen. Also, lasst gerne Liebe da, Daumen nach oben, gerne die Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos. Dankeschön für euren Support. Folgt uns gerne auf den Socials. Und wir sehen uns heute Abend bei freundfrischen SBC-Content wieder. Also, euch einen entspannten Abend, Tag oder wann immer auch ihr das schaut. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.